ja okay dann bräuch ich nur ein ender perle ich mache mir noch eine zweite truhe oder vielleicht noch eine dritte mach das weil die lohnen sich auf jeden fall irgendwo hinzustellen die enderchests naja um einen enderchests dann kannst du auch zum beispiel so einen piston einfach rein tun wenn du ins end gehst was hier schade ist dass die codierung hier nicht mit drin ist dass du die extra codieren kannst dass da verschiedene sachen auch tun ja das ist aber das sind ja die anderen enderchests ja aber das wäre nicht schlecht wenn das hier auch drin wäre brauchen wir nicht oder hey du hast ja nur eine enderchests dann hast ja ist ja dann so wie als hättest du zehn milliarden verschiedene kisten sorten und also wie normale kisten dann sind das dann wollen dass du da zugreifen kannst selbst spänner 30 ab nach hause sterben aber so einfach so loch einfallen nein 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 mach ich nicht schon level 19 werde ich noch nicht manche shit doch level 19 und ein skelett das krieg ich auch noch ja es ist egal klar hallo irgendeiner muss der beste samspender sein was sind die kür denn hier sind die jetzt männchen und war das sind weißt du das sind so gemischte kür die haben beides das ist voll komisch in minecraft das müsste eigentlich so sein dass es wie bei den schokoboos ist dass das erkennlich sind keine schnecken hier das sind keine schnecken hier ich musste mir nochmal später diamanten farmen gehen ich gehe gleich wieder in die mine runter und die habe ich nicht erfahrungspunkte eingeschnappt und haben wir gegen drei nur auf den schuhen scheiße ja ja vielleicht noch mal irgendwann die ja schuhe oder so oder in zeit und lust und launas einfach noch weiter fahren so viel wie es geht junger paderwan ja ich glaube schon dass das noch ein bisschen länger dauert bei uns bis wir hier fertig sind doch aber ich finde es ja weißt du manchmal hat man da lust zu manchmal hat er wieder keine lust zu ja das ist das halt ja und das stimmt na wenn man dazu lust hat dann macht es doch spaß spaß 40 minuten noch nur 2 stunden meine güte ja so jetzt weiß ich erstmal den Riss vom Zaun ab oder den Rissi zack 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 warte mal jetzt gehen wir mal hier lang nein boah ach ich kriege ich ja eigentlich zack 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 na komm warte ich geh einfach hier lang fertig zeich da der zero butter hier ist zack neino zack irgendwelche erfahrungspunkte ja ich brauche nur elf ja aber ich habe wieder oben eisen am schmelzen ach laber wenn du laberst irgendwann sind doch scheiße ne naja ich mache ich auch ich habe gar nicht gehen einfach ich buddel einfach nur so ein gangklang ich gehe mal das typ mining machen ich buddel nur so ein gangklang fertig zack zack das weg das weg einmal mitnehmen also habe ich gar nicht mitgenommen ich habe genug kohle redstone immer gern genommen und zack da ist level zwanzig ja es ist eigentlich die blöcke mit einer ziel touch spitzhacker abbauen und wenn du ganz anwendung die 30 level wieder voll hast und kannst am anfang dann bis zu 56 level einfach nur damit hochfahren ok weil da geht es ja relativ schnell na das stimmt naja was willst du mit redstone machen du kannst mit redstone kannst du nur schaltung machen was anderes ganze nicht machen das fehlt mir noch irgendwie ich wollte gerade essen aber mich außerdem aufs feld gesetzt ich habe gehegel vorbeigelaufen bin in dem moment aufs feld gezeigt warum laufe ich eigentlich einmal im kreis man das fragte ich mal weil ich schlecht bin darum ja da hast du wohl recht laber nicht nur ich darf das zu mir sagen nicht du ach so ne gar nicht ich hab das auch immer gerne ja gar nicht also vor spät irgendwas gescheckt ey ich musste gehen und das musste irgendwie unterdrücken naja hätte ich jetzt auch gesagt guck da war er wieder ja jetzt erst ja den einen musste ich schon unterdrücken aber der kam so nach zügler ja 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 wer es glaubt okay beim nächsten mal gehe nicht einfach nun 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 das ist schlimm aber man schläft immer so nach zwei ein und einhallo stunden einer vom pc und ich habe nicht wach ich gehe noch mal nach oben ich nehme eine golduhr mit eine golduhr und ich habe licht bugs bei mir ist einfach der ganze gang kitzel okay er geht weg anscheinend oder weißt du noch wie die gold oben links rechts unten und in der mitte wird normale so eine normale wort schnell wie ich habe ja dass ich sie ja ja viel gold und einmal jetzt dann wo habe ich den gold und gleich stets hier aus als ich wollte heute nervt den flash tag oder so will ich mich den ton angelassen ding 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 banana phone ding 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 hier kommt der ja mann also wirklich nervt den flash tag wozu machen wir auch nicht man kann nicht wirklich helfen ist klar ja ist klar ich weiß es war noch gut dann gut aschkaig du aschkaig du weißt danke eisen 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 immer eisen her damit zack 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 oh gold weil wir auch da haben wir eine uhr er hat einen vorteil also wenn du in der hülle bist dann kannst du nämlich gucken wie lange du brauchst dann kannst du ja zurückgehen gut dass man da nicht rauf gucken braucht ne ne brauchst du ihn annehmen kannst du unten im metal lassen ja das ist das gute ganz rechts stört ziemlich nicht weil anfangs habe ich immer spitzhacke rechts angefangen aber mittlerweile ist spitzhacke auf 1 bei mir ist bogen auf 1 dann schwert und auf 3 kommt dann die spitzhacke ja gut das habe ich jetzt nicht mitgenommen das habe ich oben gelassen das schwert habe ich noch mit aber das ist bei mir auf 6 essen ist bei mir auf 4 und facken sind auf 5 aber ich habe damals wirklich anfangs mein kauf ich gespielt habe spitzhacke war bei mir normalerweise das erste werkzeug haben wir ganz rechts war lichtbugs also widerlich wenn das dunkel ist zack 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 ich glaube ich bin jetzt in öelich schon wieder drei level dat is subi dat is knorke du dat is knorke du dat is knorke du machst das so dat is knorke dufte echt vor die lichtbugs siehst du schon wieder man bist du schlecht auf zu gehen ich weiß auch nicht warum 1 2 3 4 liegt daran weiß ich auch nicht ach dir ist ja jetzt schon so eine schöne glückspitzhacke wäre es vielleicht 12 gewesen oder 13 habe ich leider nicht aber diese lichtbugs die nerven geht weg ich habe eben gesagt diamanten ja gut ich habe gegend ich fand es langweilig dass du weggefunden hast blau nicht aufzulegen wirst du kaum redest davon wird mir schon wieder müde wird mir schon wieder müde vor allem ne mir nicht dir mir wird müde davon alter was er geht jetzt ab mir oh mein gott das wird mir schon wieder müde ach komm laber nicht schieb einfach darauf weil ich jetzt gerade wieder müde werde naja glück nicht doch ich glaube ich hätte mir einfach mal kaffee machen sollen ja wäre was gewesen stimmt naja einmal strecken boah voll viel redstone schon voll viel cola und redstone so langsam sollte ich wieder an die oberfläche gehen ja 6 level noch das dauert noch bei mir bis das wird ich sollte nochmal hier ringsrum graben wo ich die diamanten gefunden habe fällt mir gerade ein ja am besten immer 10 in jede richtung einmal reinbuddeln aber meistens sind da ja immer noch welche ne das funktioniert sogar wirklich noch ja ich weiß 10 in jede richtung ja nicht immer sind da welche aber manchmal hast du super glück ne wenn mir jede Richtung einmal buddelts links rechts und geradeaus dann finden sich meist immer welche ja da sind wirklich häufig ja hmm oh oh ich hab was für dich kein leser äh das hab ich für dich äh das war taz joooooo Aki, ich habe mir gar keine Schaufel mitgenommen. Aha. Ba bin ich gut. Nein. Ba bin ich gut. Nein. Vor allem sage ich in letzter Zeit immer voll Ba. Warum auch immer. I, ist das Ba. Ba. Ba ist das Ba. Ja, ich weiß warum. Weil die anderen jetzt mal scheiße laufen die ganze Zeit. Ist das Ba. I, Ba. Und der eine sagt immer, oh Centus, komm mal her. Okay. Ha. Okay. Schon ein bisschen komisch, ne. Ba. Aber ist lustig mit denen. Auch wenn die ein bisschen einen kleinen Schaden haben. Ha. Kenn ich nach so jemanden davon. Ich auch. Dich. Hehehe. Du warst von nicht. So was fand ich oft zu lügen. Hä? Ich habe gar keinen Schaden. Was denn? Ich bin ein ganz normaler junger Mensch. Okay. Ha. 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 Was hast du denn jetzt für Probleme? Wache. Irgendwelche Probleme, oder? Ne. Ist daran jetzt witzig gewesen. Ja. Ja. Fünfeinhalblevel noch. Let's go. Da, da. Kohle. Ja. Ein bisschen dunkel immer, ne. Was ich mir wünschen würde von den Skeletten, wenn die die Rüstung anhaben oder irgendwelche Zombies, die Sachen zu bekommen. Kriegst du aber nicht. Doch, ich habe irgendwelche Schuhe bekommen. Lederschuhe. Aha. Ja. Nein, bloß nicht hier rein! Bloß nicht hier rein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, nicht in dieses Loch. Ich bin in ein Loch reingefallen. Oh. Aha. Ey, da waren zwei Keeper. Ich war einfach draufgegangen. Aha. Aha. Das ist nicht lustig. Ich brauche nur noch fünf Level wieder. Dann habe ich schon wieder 30. Du bist lustig. Nein, wenn ich sterbe, ist das nicht lustig. Doch. Ah. Baa. 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 Hey, wie stimmt meine Uhr nicht wirklich? Oh, stirbt doch. Wie, wie muss man die Uhr lesen? Hä? Weil bei mir ist... Das obere, das obere ist immer das angebende. Mhm. Bei mir ist das... Weil das sind grad die Hälfte und bei mir ist das noch nicht... Ist das grad dunkel? Äh, das muss genau in der Mitte sein, ne? Ja. Jaja. Was in der Mitte... Also du musst... Die obere Hälfte davon und die Mitte das zählt. Wie... Also was nun mal auf 12 Uhr ist. Sagen wir mal so. Ja, aber bei mir ist das schon dunkel. Und bei mir ist das grad mal... Die eine Hälfte ist dunkel, die andere Hälfte ist hell. Naja. Ist bei mir aber auch. Bei mir wird's auch immer dann früh hell... Ach, früh... Früh dunkel. Das stört mich nicht. Wenn's eher dunkel wird, dann... Ist doch schön für mich. Aber es glät... Es glät... Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ich will einfach nicht heute sterben. Doch. Nein. Die 4-Level-Alle, die kann ich doch nicht sterben. Baa. Du bist ne Drecksau. War ich nicht. War Tess? Nein. Doch. Bei mir war das wirklich Tess. Ach komm. Lüg nicht. Hast recht, Tess spinnt wieder. Ja. Eindeutig. Bei dir auch diesmal wirklich. Ja, das sind so komische Knistergeräusche. Finde ich. Die knistern immer so. So laut. Na, irgendwie so komisch, ne? Ja. Versteh ich nicht. Schau. So in so einen komischen... wahlahlahlahlahlah